Extrem gute Gewinne, 1,8 Millionen leider auch verloren und ein neuer Longscreen plus Trading-Tipps findet ihr in diesem Video. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt kommen wir zu dem Abendsvideo wieder. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lasst ein Abo und ein Like da. Die letzten zwei Videos kamen leider nicht so gut an. Verstehe ich, alles in Ordnung. Vielleicht schaffen wir auf diesem Video die 40 Likes, das würde mich unheimlich freuen. Man kommentiert einfach sehr, sehr viel für den Algorithmus. Wir fangen direkt mit dem erstmal an alle Portugiesen, wie geil spielt ihr. Ich möchte eure Meinung, wenn ihr das Portugal-Spiel gesehen habt, genauso wie wenn ihr das Marokko-Spiel gesehen habt. Also das Elfmeterschießen, in meinen Augen, die schlechtesten Elfmeter bis jetzt, wo ich jemals gesehen habe. Also schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, um einen kleinen Wheel-Talk noch mit reinzubringen. Ja Leute, wir haben einen neuen Logging-Screen. Den zeige ich euch jetzt allererstes. Und zwar ein ultra krasses Design. Das kennen wir ja alle schon. In zwei Tagen, 21 Stunden, neue Promo. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich irgendwas dafür finde, was es ist. Und zwar die World Cup Phenems sind es. Und da wurden auch schon die ersten Sachen gelegt. Da fangen wir jetzt einfach mal direkt so an. Ihr seht, hier, Pester-Content. Und zwar Shoot Bellingham. Das sieht ja schon mal richtig geil aus. Er wurde hinzugefügt. Futscheriff hat ihn gepostet. Aber ansonsten kam, so wie es aussieht, jetzt nichts mehr. Also mehr Leaks gibt es noch nicht. Es gibt ein paar Predictions, wie ihr seht. Aber Bellingham wurde fast überall geleaktet. Also Bellingham wird zu 99% safe sein. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne eure Meinung zu dieser Karte in die Kommentare. Ich muss sagen, ultra heftig. Wirklich sehr, sehr schöne Karte. Und wenn sie so rauskommt, wird es lustig. Jetzt kommen wir erstmal zu der Sache, wie ich extrem viele Coins gemacht habe. Das zeige ich euch jetzt hier. Und zwar, ihr wisst es, mit Supersnipes. Mit Supersnipes in Checo, Al-Jaber. Und ich habe schon viele, viele gelöscht. Da kamen wieder extrem viele heute rein, wo extrem gut geklappt haben. Kommt in den Discord, Link unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr tägliche Filter. Und außerdem haben wir auch extrem gute Coins gemacht. Das kann ich euch jetzt auch zeigen. Und zwar, wir haben einen fetten, fetten Investment Flip gemacht. Ja, also ich kann mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle finde. Ah, hier. Und zwar, Endgriss hat es wieder gepostet auf dem Discord. Und ihr seht, wirklich, es wird hier immer alles ganz genau. Also, ich möchte euch ganz kurz sagen, das ist einfach wichtig. Er beantwortet auch eure Fragen. Erstmal vielen Dank an denjenigen, der sehr zufrieden bis jetzt mit dem Discord. Er beantwortet aber auch eure Fragen auf Deutsch, auf Englisch. Deshalb kommt es sehr, sehr gerne rein. Er ist eigentlich sehr, äh, bis jetzt finde ich den besten Trader. Muss ich wirklich, wirklich sagen. Jetzt kommen wir aber auch gleich zu dem Thema, wie ich extrem viel Verlust gemacht habe. Ich habe insgesamt 1,8 Millionen. Ich muss euch das erzählen. Ich habe, ihr seht hier, Kamachals. Ich habe die für 240, 250 Einkauf-Tappes, weil sie bis zur 30. Minute noch nicht das 1-0 gemacht haben. Ich habe ganz stark darauf beliebt, dass sie weiterkommen. Dass sie das Tor machen. Er wieder extrem ansteigt. Die Panik wurde eben höher. Er ist immer weitergesunken. Und das Ende kennen wir alle. Ich habe ihn nicht mal halbiert. Das ist gestört. Das Gleiche ist mir mit Gnabry passiert, plus habe ich da knapp 1,1 Millionen reiner Verlust gemacht. Ich bin sehr, sehr hart gebrochen. Das sage ich euch komplett ehrlich. Ich bin extrem hart gebrochen. Aber so ist es. So ist es. Kann man leider nichts machen. So ist es jetzt einfach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch sozusagen auf die Fresse geflogen seid oder nicht. Ansonsten haben wir als 19-Uhr-Content, um das auch ganz kurz abzuhacken, Depay und der gute Acuna bekommen. Finde ich jetzt beide Karten nicht so gestört interessant. Für alle Palinia-Fans. Palinia wird natürlich jetzt auch geupgradet. Und jetzt gebe ich euch, würde ich sagen, noch ein paar Sniping-Filter mit und Dragon-Tipps und vor allem Investment-Tipps. Let's go. Und zwar sind die Polenspieler, ganz kurz snipet auf dem PC, das neue Update, das jedes Mal den Ding löscht. Die Suchanschaue ist wirklich eine Vollkatastrophe. Aber snipet auf dem PC, ihr seht, okay das war jetzt Zufall, für 2.500 bis 3.000 könnt ihr die easy easy verkaufen. Ihr könnt sie für ganz, ganz wenig Coins einkaufen. Snipet ihr euch, extrem krasser Filter. So, jetzt gebe ich euch noch, wie immer, die Marco-Meshups mit, für die, für die, ihr wisst, was ich meine, für die Top-Party, meine ich damit. Und wir konzentrieren uns viel auf Silberspieler, weil es einfach bis jetzt immer zu viel Auswahl gibt, deshalb konzentrieren wir uns auf Silberspieler. Wir haben bis jetzt nie so krasse Gewinne gemacht, wir haben es immer ein bisschen verdoppelt, außer bei Ecuador-Spielen, da haben wir es verzehnfacht. Aber jetzt gebe ich euch wieder gute Spieler mit, und zwar würde ich euch empfehlen, da mache ich einfach jetzt groß, Niederlande gegen Argentinien. Alle Silberspieler unter 200 Münzen einkaufen. Genauso das gleiche gilt für Kroatien gegen Brasilien und England gegen Frankreich, meine lieben Freunde. Wir denken, das werden die Top-Party in Kopf sein, falls es nicht so sein sollte, dass ihr diese bekommt, falls diese nicht in die Top-Party kommen. Ganz easy, ihr müsst sie einfach nur halten. Einfach nur halten, freut euch drauf, wenn es klappt. Und ansonsten kann ich euch jetzt nur noch sagen, kommt in den Discord, viele kapieren es immer noch nicht, da kommen die meisten Trading-Tipps. Auch wenn ich mal keine Zeit habe, da sind alle Trading-Tipps. Ja, wie soll ich jetzt sagen, ihr seht auch hier, hier habe ich auch gerade die Marko-Meshouts abgelesen von meinem Discord. Ihr bekommt hier Sniping-Filter, wie ihr seht, hier auch die Sniping-Filter. Ihr bekommt hier überteuert verkaufen, ihr bekommt hier Flipping. Ihr bekommt eine Meldung, wenn ihr es verkaufen sollt. Ihre Fragen werden beantwortet. Ihr bekommt für PC extrem viele Snipes. Da habe ich es schon ausgestellt, weil ich kein PC-Spieler bin. Ihr seht, muss ich noch irgendwas sagen? Und für Konsole ist natürlich auch da. Ganz klar, ihr seht selber, hier ist alles voll. Deshalb testet es einfach aus. Und ihr macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich küsse euer Herz, lasst ein Abo und ein Like da. Ich küsse euer Herz und auf euren Nacken. Das Video muss jetzt noch kommen, deshalb muss ich es ein bisschen schneller machen. Kuss, Kuss. 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 Kuss.